Boris Becker Sony Ericsson Handy neuen Blackberry Blumenpampers haben wir aber man schickt sich ja heutzutage nicht nur Geschenke sondern auch Videogrüße wenn man Vater geworden ist und Boris hat das freundlicherweise letzte Woche für mich getan ich weiß nicht ob sie es gesehen haben ansonsten hier das Video von Boris was für gute Nachrichten habe ich denn heute aus Köln gehört herzlichen Glückwunsch Oliver herzlichen Glückwunsch Sandy das habt ihr gut gemacht ich hoffe auch eure Tochter geht's gut und ist putz und munter ja as a new mom to a new mom wish you to for happiness and health and a happy life together good luck ja vielen Dank sehr sympathisch und dem möchte ich doch nicht nachstehen deswegen meine Damen und Herren hier in voller Länge meine Videobotschaft für Boris und Lilly was habe ich denn für gute Nachrichten aus London gehört herzlichen Glückwunsch Boris herzlichen Glückwunsch Lilly das habt ihr toll gemacht ich gerade Könnt ihr vielleicht mal hier die Tür zu machen ich weiß dass gerade Karneval in Köln ist ich mache hier gerade eine Aussage für Boris und die Lilly Mann Entschuldigung war ich stehen geblieben das habt ihr toll gemacht ich wünsche euch nur das das habt ihr toll gemacht und dann gleich Vierlinge damit konnte keiner rechnen ich hoffe der Amadeus ist putz und munter der Benedikt wohl und auf der Etli fröh und licht und der Louis hochzu und frieden Sandy you want to say something to Lilly? Hallo Ach Boris und Lilly Hallo Hi Congratulations from a new mom to an old mom really wish you the six of you all the very best and a very very happy life together Ja dann haben wir das glaube ich auch das Video reicht glaube ich ja komm mach jetzt auch mal aus hier das muss ja nicht alles drauf sein jetzt kriegt er noch einen Blumenstrauß verpackt den vom Wendler ein der steht ja eh schon seit zwei Wochen rum dann komm jetzt wie macht man denn das scheiß Ding hier aus das muss doch nicht sein so ja Vielen Dank.